Der Senat hat heute ein Kraftpaket für den Klimaschutz beschlossen. Ein sogenanntes Sondervermögen Klimaschutz, Resilienz und Transformation. Das ist nötig, nicht nur, weil wir unsere Klimaziele dringend schneller erreichen müssen, sondern auch, weil der Ukraine-Krieg und die dadurch ganz massiv gestiegenen Energiekosten uns dazu zwingt, jetzt zu reagieren, endlich ins Handeln zu klommen. Klimaschutz entsteht durchs Machen und nicht durchs Kleben. Der Senat nimmt mit diesem Sondervermögen bis zu fünf Milliarden Euro in die Hand, um unsere Klimaziele zu erreichen. Später kann das Volumen noch einmal erweitert werden, um weitere bis zu fünf Milliarden Euro. Damit stemmen wir Investitionen von gewaltiger Größenordnung. Und das entlastet natürlich auch die Berlinerinnen und Berliner. Wir wollen nicht, dass Klimaschutz zulasten derjenigen Menschen geht, die ohnehin schon unter hohen Preisen zu leiden haben, sondern wir nehmen als Senat das Geld in die Hand, das es braucht, um uns schneller aus Abhängigkeiten zu befreien und unsere Klimaziele schneller zu erreichen.